Polizeiberichte Berlin 10. September 2022 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, schwer verletzt durch Messerstich Nummer 1798 Gestern Nachmittag wurde ein Mann in Gesundbrunnen angegriffen und schwer verletzt. Bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge soll der 32-Jährige kurz vor 17 Uhr gemeinsam mit drei bislang Unbekannten einen Spielplatz an der Reinickendorfer Straße betreten haben. Im weiteren Verlauf soll sich zwischen dem jungen Mann und dem Trio ein Streit entwickelt haben, in dessen Folge die mutmaßlichen Tatverdächtigen den Mann gegen den Kopf geschlagen und getreten und ihn mit einem Messer am Oberschenkel schwer verletzt haben sollen. Anschließend flüchteten die Unbekannten über die Schulstraße in Richtung Exerzierstraße. Ein aufmerksamer Passant versorgte den Mann, der aufgrund seines hohen Blutverlustes kurzzeitig in Lebensgefahr schwebte, bis zum Eintreffen alarmierter Rettungskräfte. Diese brachten ihn schließlich in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Den bisherigen Erkenntnissen nach sollen die Tatverdächtigen das Mobiltelefon des Mannes geraubt haben. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1, Nord. Bericht, Polizeibeamter durch Angriff schwer verletzt. Nummer 1799. Bei einem Angriff gestern Abend in Mitte wurde ein Polizist schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkten zwei Polizisten gegen 21.30 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf der Panoramastraße und griffen ein. Einer der beiden Polizisten zog einen der Angreifer, einen 29-Jährigen, von seinem Kontrahenten weg, nahm ihn fest und beendete so die Auseinandersetzung. Nun griffen der vormalige 32-jährige Kontrahent sowie ein weiterer Mann, ein 35-Jähriger, den Polizisten mit Faustschlägen an und versuchten den bereits Festgenommenen zu befreien. Bei diesem Befreiungsversuch zog der 32-Jährige einen Arm des Polizisten gegen dessen Bewegungsrichtung so stark nach hinten, dass dieser dadurch schwer verletzt und handlungsunfähig wurde. Weitere Einsatzkräfte unterbannten durch unmittelbaren Zwang die Angriffe und nahmen die drei Tatverdächtigen fest, wobei diese gegen die Festnahmenwiderstand leisteten. Hierbei erlitt ein weiterer Polizist leichte Verletzungen an einem Bein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Leichtverletzte konnte seinen Dienst ebenfalls nicht fortsetzen. Ein Transportkommando brachten die drei alkoholisierten Tatverdächtigen in einen Polizeigewahrsam. Dort wurden sie nach jeweiligen Blutentnahmen dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5, City, überstellt. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des täglichen Angriffes auf und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie der versuchten Gefangenenbefreiung verantworten. Die Ermittlungen dauern an. Bericht, Verdacht der Brandstiftung. Nummer 1800. Im Ortsteil Britz brannte heute früh ein Fahrzeug. Ein aufmerksamer Anwohner rief die Feuerwehr gegen 3.20 Uhr zum Sangerhauser weg, nachdem er auf einem Parkplatz ein brennendes Auto festgestellt hatte. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Verletzt wurde niemand. Der Wagen brannte vollständig aus. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt. Bericht, beraubt und verletzt. Nummer 1801. In einer Parkanlage in Mitte wurde in der vergangenen Nacht ein Jugendlicher beraubt und verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der 16-Jährige gegen 2.35 Uhr im Volkspark am Weinbergsweg von Unbekannten bedrängt worden sein. Einer des Trios soll dem Jugendlichen im weiteren Verlauf mutmaßlich mit dem Griffstück eines Messers ins Gesicht geschlagen haben, wodurch der 16-Jährige verletzt wurde. Anschließend sollen die mutmaßlichen Täter die Tasche und eine Musikbox des Jugendlichen entwendet haben. Danach flüchteten sie unerkannt in Richtung Eberswalder Straße. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur Behandlung seiner Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus, welches er anschließend wieder verlassen konnte. Die weiteren Ermittlungen führt ein Raubkommissariat der Direktion 5, City. Bericht, Rettungskräfte behindert. Nummer 1802. Ein Mann behinderte gestern Nachmittag Rettungsmaßnahmen der Feuerwehr in Tiergarten. Gegen 17 Uhr alarmierte ein Anrufer die Feuerwehr zur John Foster Dulles Allee, da dort ein Teilnehmer einer politischen Dauerversammlung über Schmerzen im Brustkorb klagte. Während die eingetroffenen Rettungskräfte den Mann medizinisch versorgten, stellte sich ein weiterer Mann, ebenfalls Teilnehmer dieser Dauerversammlung, an die seitliche Tür des Rettungswagens und störte die Maßnahmen permanent durch Zwischenrufe. Versuche der Sanitäter, die Tür schließen zu können, verhinderte der Mann. Erst nachdem einer der Sanitäter die Polizei alarmierte, entfernte sich der Mann zögerlich. Nun sammelte sich um den Rettungswagen herum eine Menschenmenge aus Kundgebungsteilnehmenden, welche lautstark den Einsatz der Polizei infrage stellten. Erst durch den Einsatz weiterer Polizeikräfte und dem Aussprechen von Platzverweisen konnten sowohl die Situation beruhigt sowie die Personen aus dem Handlungsbereich der Rettungskräfte ferngehalten werden. Weitere Polizisten sprachen den vormals störenden Mann zum Tatvorwurf der Behinderung von Hilfe leistenden Personen an und forderten ihn auf, seine Personalien bekannt zu geben. Dies verweigerte der später identifizierte Dreißigjährige und flüchtete in Richtung Bundeskanzleramt, um sich der Identitätsfeststellung zu entziehen. Nach einer kurzen Verfolgung, wobei der Dreißigjährige stürzte, konnten die Polizisten den Mann einholen und festnehmen. Dabei verletzten sich zwei Polizisten leicht am Kopf. Einer der beiden wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt und konnte seinen Dienst anschließend nicht mehr fortsetzen. Weitere alarmierte Rettungssanitäter brachten den Dreißigjährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus, da dieser über Schmerzen klagte. Gegen ihn wurde ein Strafermittlungsverfahren sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bericht, bei Auseinandersetzung schwer verletzt. Nummer 1803 Im Zuge einer Auseinandersetzung, die sich gestern Vormittag in Kreuzberg ereignete, wurde ein Mann schwer verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll ein bislang Unbekannter gegen 9.15 Uhr auf der Wrangelstraße seinem 27-jährigen Kontrahenten mit einem Messer in den Bauch gestochen haben. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Täter. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur Behandlung seiner erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Lebensgefahr soll dem bisherigen Befinden nach nicht bestehen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führt ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Direktion 5, City. Bericht, Transporter aufgebrochen und Werkzeug gestohlen. Nummer 1805 Polizisten nahmen vergangene Nacht einen Mann in Johannesthal fest. Gegen 23.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei zur Springbornstraße, nachdem er aus einem Fenster seiner Wohnung sah, wie ein Mann die Seitentür eines Transporters aufbrach und aus dem Wagen mehrere Gegenstände Stahl. Diese lud der noch Unbekannte in einen in der Nähe geparkten VW. Während der Tat soll ein Komplize in der Nähe gestanden und die Umgebung beobachtet haben. Nach dem Verladen stieg der mutmaßliche Täter in den geparkten VW, während sein mutmaßlicher Mittäter in einen Audi stieg. Beide fuhren anschließend mit ihren jeweiligen Fahrzeugen auf der Springbornstraße in Richtung Lindhorst weg. Während eingetroffene Fahnder zweier Polizeiabschnitte den VW auf der Engelhardtstraße anhielten und den 23-jährigen, alkoholisierten Fahrer festnahmen, gelang dem Komplizen mit dem Audi die Flucht. Im Kofferraum des VW fanden die Einsatzkräfte mehrere Werkzeuge, die aus dem Transporter stammten. Eine Atemalkoholmessung des Tatverdächtigen ergab einen Wert von ungefähr 0,8 Promille. Darüber hinaus ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und der Wagen für den öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen. Nach der Messung des Atemalkohols brachten die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen in einen Polizeigewahrsam, wo er nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3, Ost, überstellt wurde. Die Ermittlungen dauern an.